Start fangen. Noch 100 Meter bis zum Start. Und der dritte Vorlauf zum Derby 2017 ist gestartet mit einem Fehler von Hyros F. Boko. Und im Kampf um die Führung setzt sich hier Felten Las Vegas durch. Felten Las Vegas kommt mit der Führung in den ersten Bogen. Und in die zweite Position rückt jetzt Marseille an der Innenkante Pelle Barosso. Mit zwei, drei längeren Rückstand sieht man dann Power of Rhythm. Außen begleitet von Hands Down am Schluss des Feldes von Max Miley. Die erste Zwischenzeit war jetzt 0,91. Max Miley in der vierten Position, der gesetzte und der Favorit. Max Miley legt hinter Felten Las Vegas. Jetzt ein Fehler von Marseille. Noch eine Minute bis zum Ziel. Felten Las Vegas an der Spitze mit Zweilingen von Pelle Barosso. Außen jetzt begleitet von Max Miley. Zweite Zwischenzeit 13,9. Und es geht in den Trotto die E-Bogen. Weiter in Felten Las Vegas an der Spitze. Außen in zweiter Position Max Miley. An der Innenkante begleitet von Pelle Barosso. Dicht dahinter sieht man Power of Rhythm und außen Highway Fortuna. Dahinter Hands Down. Alles dicht beisammen. Es geht auf die Gegenrade. Und Felten Las Vegas hat hier weiterhin den Vorteil mit einer Länge gegen Max Miley. Innen Pelle Barosso. Außen geht Highway Fortuna. An der Innenkante wiederum Power of Rhythm. Und am Schluss des Feldes in zweiter Spur gehend Hands Down. Die Zwischenzeit war 19,7. Und dicht geschlossen geht es hier durch die Gegend. Gerade weiterhin mit Felten Las Vegas an der Spitze. Eine Länge zurück Max Miley. Außen in den Pelle Barosso. Und ganz dicht dabei Power of Rhythm mit Highway Fortuna. Am Schluss weiter Hands Down. Und Felten Las Vegas führt durch den Schlussbogen. Fehler von Highway Fortuna. Felten Las Vegas ist vorn. Dann in zweiter Position Pelle Barosso. Außen geht Max Miley. Vierter Platz für Power of Rhythm. Zwischenzeit war 14,6. Und Felten Las Vegas kommt jetzt mit der Führung auf die Zielgerade. Und Max Miley außen ist zur Stelle. Felten Las Vegas ist vorn. Max Miley. Dahinter wird Power of Rhythm eingesetzt. Max Miley muss hier kämpfen. Wir sind noch Dritter. Und außen kommt hier auch noch einer. Und Felten Las Vegas ist jetzt sicher vorn. Felten Las Vegas gewinnt diesen Vorlauf vor Pelle Barosso. Und Dritter wird Power of Rhythm. Und nur Platz vier für Max Miley. Fünfter Hands Down. Gut sind laut, Max Mitzcode. Tschöch. Gut sind laut, Coach kommst humanos. Bis jetzt deshalb auf Kreis. Ich codes 9. Haha wenn wir jetzt... Hochoper.